Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Part zu Serious Sam 2 hier auf Linderhack. Und wir erinnern uns, wir sind hier durch diesen komischen Hügel gekrochen. Hügel gekrochen? Nein, durch diese Hülle gekrochen. Aus dem Hügel heraus. So rum. Oh yeah. Was ist das? Genau. Irgendwer quatscht hier schon wieder. Oh, das gibt's doch nicht. Ich hab ein Geheimnis gefunden und krieg sofort wieder auf den Sack. Und weg hier. Okay. Du blöde Hexe. Jetzt ist die da in dem Loch drin oder was? In das. Bäm. Ich seh's überhaupt nicht. Die weißt doch selbst nicht, was sie macht. Die ist doch besoffen. Haben wir ja gesehen, ne? Alter. Jetzt kommt die. Na, klasse. Okay. Ich glaub, das ist kacke gelaufen. Bäm. Da hinten kommen noch ein paar von den Rhinos. Oh, noch mehr von diesen Kack-Hexen. Das sind so viele. Guckt euch das an. Da bei der Mitte ist ein Herz. Alter, die kam doch erst, als ich dieses Secret entdeckt hab. Kommt her, ihr Drecks. Oh, oh. El Rino kommt. Aber die sind hier wesentlich langsamer als... Oh, Mann, ey. Ich kick so auf den Dönitz. Das ist doch zum Kotzen, ey. Dann hol ich mir das halt nicht. So. Ach, die kommen auch so gut. Kann ich's mir natürlich schon holen, ne? Hm. Hier bin ich. Ich höre schon wieder die Hexen rumfliegen. Ach, da oben kommen sie. Jetzt. Komm her, stirb. Ist er tot? Ich glaub ja. Wir gleich auch. Alter Fall, Alter. Diese fetzigen Hexen hier. Die halten auch noch so viel aus, ne? Das ist echt übel. Okay. Oh, der hat sich gelohnt. Speichern mal. Komm her. Großmütterchen am Stiel. Okay, noch mal abspeichern. Oh, da sind wieder so viele unterwegs hier. Ich komm keinen Meter vorwärts. Keinen Meter. Das ist doch echt verarsche. Hm. Das sind so viele. Das sind einfach zu viele. Das ist, das ist übertrieben. Oh. Macht er sein Rüssel auch nochmal um hier. Okay, jetzt gehen wir hier hoch und holen uns das. Sonst. Oh man, jetzt hätte ich euch beinahe gehabt hier. Ich krieg ne Macke, ey. Wie ich sie auch überhaupt nicht treffe, ne? Ich muss da in die Mitte. Ich muss da jetzt einfach in die Mitte. Also da hinten dieses Secret. Da können sie mich mal im Arsch lecken. Das will ich nicht. So. Jede einzelne Hexe wird hier erstmal abgebrezelt. Komm her. Oh man, ey. Das nimmt keine Änderung. Gleich kommen wieder die Rhinos von da unten. Okay. Okay. Okay, ich sollte mal wieder zwischenspeichern, habe ich das Gefühl. Es läuft gerade so gut. Okay, da kommen sie. Oh, in der Sekunde werde ich wieder getroffen. Ey, ich habe keine Chance. Ich komme echt nirgendwo hin. Ich komme nicht weg. Ich komme nicht weg. Boah. Ich versche. Dark Souls soll schwer sein. Leckt mich am Arsch. Das ist schwer. Komm her. Oh, ich komme nicht. Sobald ich nur vorwärts gehe. Seht ihr das? Ich komme nicht. Ich bin auch so langsam. Seh mal. Was hat der denn heute Morgen gefressen, Mr. Sam? Ach, ich bratze doch volle Möhre. Ach, dankeschön. Das müssen wir normal machen. Sorry. Leute, das müssen wir einfach normal machen hier. Nein, das schneide ich nicht raus. Das gehört genauso zum Spiel dazu. Oh, Mann ey. Die gehen mir so auf den Sack hier. Biste, komm her. Wenn es mal irgendwann weniger werden. Aber das werden immer mehr. Und ich komme halt nicht in die Mitte, ne? Die lassen mich nicht in die Mitte. Das sind so viele. Irgendwie muss ich nochmal treffen. Verpässt dich, du fettes Rino. Oh, ich kann kotzen. Ich muss da irgendwie in die Mitte nur noch. Jawohl. Jawohl. Jetzt geht's auf den Sack, Freunde. Wer war das? Ich brauche irgendwas, wenn sie mich berühren. Das ist automatisch platzen hier. Wenn es sowas gibt. Aber gibt's glaube ich gar nicht. Ich sehe keine von diesen blöden Tussis. Jetzt fliegen die noch oben drüber, oder was? Kommt her! Ey, ich kriege gleich einen epileptischen Anfall. Das ist ja so knallbunt und... Ich brauche kein Extra-Life. Ich brauche einen Endboss. Und nicht so eine Scheiße hier. Allerdings finde ich es schon cool. Also das ist schwer hier. Krass ist das schwer. Drei Sekunden. Und es ist weg. So, jetzt ist es alle. So, bei vier Munni habe ich denn auch, ne? Das ist ja krass. Oh, das ist ja kein Ende. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Die stirbt schon vorher. Die stirbt nicht. Die stirbt irgendwie doch nicht. Oh, die schmeißt noch kleine Spinnen rum hier. Jetzt seid ihr dran. Kommt her! Oh, wir haben es, glaube ich, geschafft, oder? Haben wir es geschafft? Wir haben es geschafft. Das war scheiße schwer. Ja. 3-2-10. 2-11. Ummm... 2-12. 213. Das ist es. Ich denke, ich habe alle. Ja, das ist die Moral von der Geschichte. Aber wir haben 283 alle gemacht hier auf dem Schwierigkeitsgrad. Schwer, Freunde. Und wir haben sogar das eine Geheimnis entdeckt. Ich weiß zwar nicht was, weil das links oben haben wir doch gar nicht mehr eingesammelt, oder? Das habe ich ja dann irgendwie nicht mehr beachtet. Egal. Hallo, Boss of the Ross. Ja, ich würde einen End-of-Level-Boss haben. Ja, einfach auf meine Kreditkarte. Jetzt all ich muss machen ist, ist warten. Huh. Strange buzzing. Weird petal smell. Es ist... Ja. Ja. Aber wir wollten es so. Wir haben sie bestellt und da ist sie. Sam, es gibt einen Bug. Und du musst ihn ausmerzen. Und das wird nicht einfach. Zoom, Zoom. Keine Energie wiedergewinnen. Scheiße, Mann. Indem er Nektar aus den Blüten saugt. Das musst du verhindern. Aber pass auf. Er hat eine Reihe gefährlicher Attacken auf Lager. Am besten versteckst du dich hinter irgendetwas. Während er angreift. Viel Glück. Okay. Und wir kriegen eine neue Wummer. Ich glaube, ich weiß noch. Genau, man musste erst mal diese Blumen hier alle machen. Alter Falter. Genauso war das. Da erinnere ich mich noch dran. Da habe ich mir nämlich auch die Zähne ausgebissen. Und ich glaube, ich sterbe schon wieder. Boah, hier gibt es ja noch andere. Oder was? Scheiße, die macht noch kleine Gegner. Ich bin gleich tot. Das gibt es nicht. Verpisst euch. Ich brauche Energie. Ich habe keine Energie. Ich bin tot. Verdammt. Okay, nochmal. Das brauchen wir. Meine Fresse. Wer wirft damit? Erstmal machen wir hier die Blumen alle. Zwischenzeitlich wollen wir die abknallen hier. Ah, kommt her, ihr kleinen Mistbiester. Das ist eine Heilungspille. So. Nächste Blumen alle gemacht. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier drinnen bleiben. Hier trifft es uns nicht so einfach. Haben wir hier noch irgendwo eine Blume? Ich glaube nicht, ne? Dann ist jetzt Zoom Zoom dran. Wow. Hey, die macht hier meinen Käfig kaputt. Speicher mal ab. Oh, du, du fette Hummel, ey. Unsere Munnis gleich alle. Ey, die explodiert. Scheiße, jetzt ist sie böse. Nimm das, du fette Biene. Oh, yeah, Muni. Abspeichern. Muni tanken. Gegner plätten. So, Zoom Zoom. Mach's gut. Komm her. Hau nicht ab. Yeah, Baby. Genau so ist es. Und damit haben wir auch den den zweiten Splitter des Medaillons eingesackt. Indem wir Zoom Zoom gekillt haben. Abschüsse 16. Ah. Dann hat sie 15 von diesen kleinen Fliegen hier rumflattern lassen, oder was? Haha. See? Toza? I could have done it too. You? You could have even integrated accelerated alpha-void into simple polymorphanmolecular quasi-stutters. You were stalking. You, on the other hand, couldn't even... Enough! We have no time to lose. Prince-chan's birthday party is in progress and we must send him to Chief Ang immediately. Zelda, he's a cake. What's next? You did pretty good down there. Maybe you are now ready for a real deal. Yeah. And what was that before? Playing a video game? Never mind. Let's get it on. Let's just hope he didn't go to the toilet since then. Today is his birthday. There will be a big ceremony on the main square. We made a plan. Yes. Here is the plan. You'll enter town. Arrive at Prince Charles' birthday party. Destroy him as his servant. And take the medallion part. Simple, but effective. Could we go through it one more time? I'm not sure I caught all of that. Okay, you'll enter town. Hey, hey, hey. Just kidding. Ich fand den Plan doch sehr komplex. Hm. Hey. Hey. Oh, yeah. What did you do? Say it. Say it. Say it. Ich liebe Chinesen. Ich konnte nie einen Hohlbein essen. Und Rolanda sagte, Prinzessin Chan feiert seinen Geburtstag. Und dass er das Prinz, nicht Prinzessin, der sah auch nicht so aus wie eine Prinzessin. Und dass er das Medaillon gegessen hat. Ich schätze, ich muss dir nicht erklären, was du mit Chan tun musst. Er ist auf dem Hauptplatz der Stadt, direkt hinter dem Vergnügungspark. Wir müssen das Haupttor des Parks erreichen. Sobald wir drin sind, kannst du Spaß haben. Und rechts sehen wir ein Kung-Fu-Zombie. Von diesem werden wir beim nächsten Part wahrscheinlich massenweise plätten. So, und hier sind wir angekommen. Und sie haben mir wieder alle Waffen genommen. Alle Waffen wurden mir wieder genommen. Auch meine Sirius-Bomb. Na gut, Leute. Aber ich sag tschüss. Wir sehen uns das nächste Mal nach der Videosequenz, die jetzt schon vorbei ist. Bei Sirius Sam 2, hier auf Lindark. Was macht er da? Tschüss. Tschüss.